Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Event-Video zu Digimon Masters Online. Heute mit dem heute erschienenen Environment Day Event Update. Was das Ganze beinhalten wird mit Updates, Events und Promotions schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Angefangen mit dem neuen Update, was reingekommen ist. Und das ist das, worauf viele jetzt schon eine ganze Weile warten mussten. Und zwar das neue Cardemo Shop-System ist auch endlich bei uns erschienen. Das neue Shop-System heißt bei uns dann dementsprechend das Exchange-System und ist heute dann endlich, nach vielen Wochen des Wartens, dann endlich ins Spiel reingekommen. Was das Ganze beinhaltet bzw. wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also, das neue Exchange-Management-System ist zugreifbar über den Charakter-Menü-Button. Dieser ist der Argomon-Button da unten rechts in dieser Symbolleiste. Und darüber kann man dann auf das Exchange-Management-Symbol zugreifen und dann mit auch auf das System. Das ganze System funktioniert allerdings nur im Data Center. Man kann das nicht auf anderen Maps nutzen. Und man kann nicht gleichzeitig einen Shop aus dem alten System, entweder Personal Shop oder Consignment Shop, gleichzeitig aufgestellt haben, während man das neue System dann nutzt. Und das neue System ist auch an Fees gebunden, also an Gebühren, wenn man das Ganze nutzt. Und zwar hat man einerseits eine Transaktionsgebühr. Das heißt, wenn man etwas mit diesem neuen Shop-System verkauft bekommt, zieht das System automatisch einen Prozent von dem gesamten Verkaufspreis dann ab. Und gibt auch die Möglichkeit, wenn man Sachen in das neue System reinstellt, den Verkauf zu stoppen. Aber das ist dann mit einer Interruption Fee, also einer Abbruchgebühr verbunden. Und zwar 5% von dem Preis, den man für das Item haben wollte, muss man abgeben, wenn man das frühzeitig aus dem neuen System rausnimmt. Dafür hat das neue System natürlich deutlich kürzere Zeiten, im Gegensatz zu bisherigen Shop-Lizenzen, wie lange man was in diesem Shop-System dann drin halten kann. Bei der Free-Variante sind das 12 Stunden und 24 Stunden. Wenn man die Cash-Shop-Variante besitzt, sind das zusätzlich dann noch 3-Tage-Varianten und 7-Tage-Varianten. Aber dann schauen wir uns dann natürlich an, wie das Ganze dann funktioniert. Und zwar, wenn wir in das Spiel reingehen und hier dann auf das Charakter-Menü, dann sehen wir da unten Exchange-Management. Also wenn wir unten auf das Argomon-System-Symbol klicken, dann haben wir das Exchange-Management-System. Für das braucht man, um das Free nutzen zu können, nichts weiter ansonsten. Also man muss sich keine Lizenz oder sonst irgendwas holen, sondern man geht einfach nur auf das Exchange-Management-System. Gut, geht natürlich nicht, wenn man AFK ist. So, und damit öffnet man jetzt das Ganze und kann hier dann Sachen reinstellen. Bis zu 5 Slots können komplett kostenlos genutzt werden. Und wenn man die Cash-Shop-Variante besitzt, kann man noch 5 weitere Slots dann nutzen, also insgesamt 10 Stück. Und hat, wie gesagt, noch die Option mit 3-Tage- und 7-Tage-Varianten, die man da dann nutzen kann. Das Cash-Shop-Item, das es dafür dann gibt, ist das Exchange-Preferential-Certificate für 30 Tage. Kostet 35 Crown bzw. 2,80 Dollar, um das Ganze dann, ja, über die Cash-Shop-Variante dann nutzen zu können. Gibt, wie gesagt, 5 weitere Extra-Slots zusätzlich zu den 5, die man kostenlos nutzen kann. Also kostenlos, gut, ist natürlich mit dieser Fee verbunden. Und diese Fee, also diese Gebühren existieren auch bei der Cash-Shop-Variante. Also wer sich denkt, okay, man holt sich die Cash-Shop-Variante, um diesen Gebühren entgehen zu können. Ne, das funktioniert in dem Fall dann nicht, wenn man das neue System nutzt. Fügt aber, wie gesagt, 3-Tage- und 7-Tage-Varianten noch hinzu. Was das bedeutet, zeige ich euch jetzt auch. Und zwar, wenn man jetzt nämlich etwas in dieses neue System reinpacke. Ich packe jetzt zum Beispiel hier, weil ich jetzt gerade welche da habe, Vemon-Seals rein. Dann sieht man hier schon, okay, man kann die Anzahl einstellen. In dem Fall wird automatisch die maximale Anzahl, die man auf diesem Stack dann hat, eingestellt. Aber man kann zum Beispiel jetzt sagen, okay, man möchte weniger reinstellen. Dann kann man hier den Preis, den man dafür haben möchte, dann reinstellen. Was weiß ich? 5M pro Stück. Also jetzt bei den Seals. Und hier stellt man dann ein, wie lange man etwas reinstellen möchte. Bei der Free-Variante hat man nur die beiden Optionen mit 12 Stunden und einem Tag, also 24 Stunden. Wenn man die Cash-Shop-Variante verwendet, hat man zusätzlich noch, wie gesagt, die Option für 3 Tage oder für 7 Tage Sachen reinstellen zu können. Und ja, dann stellt man das dann rein, indem man dann hier unten mit Register das Ganze bestätigt. Wenn man ein Item in diesem System registriert, dauert es 5 Minuten, bis der Shop dann endgültig aufgestellt ist. Und ja, da stellt man dann einen Shop dann auf, wenn man da was reinpackt. Also machen wir das jetzt mal probeweise, damit ihr das dann sehen könnt. Packt die jetzt mal rein, was weiß ich, 40M pro Stück. Für einen Tag. Dann registrieren wir das Ganze. Dann sieht man hier, okay. Okay, nee, in dem Fall ist es sogar nur eine Minute. Bei den Sachen, die ich heute bei meinem, ähm, ja, Main-Charakter reingestellt habe, da waren es dann 5 Minuten. Aber gut, kann natürlich auch dann mit der Anzahl dann zusammenhängen. Also je mehr man reinstellt, desto mehr Minuten dauert das dann. Und gut, dann, wie gesagt, sieht man hier, Waiting to Register. Also da hat man jetzt dann einen Kukuwamon-Shop aufgestellt. Und, also ja, man stellt in dem Fall dann auch weiterhin einen Shop auf, wie es bisher der Fall ist. Also wie zum Beispiel hier Digitamamon oder Frigimon. Nur halt jetzt mit diesem neuen System ist es exklusiv dann Kukuwamon, was man dann hier dann dementsprechend aufstellt. Hier muss man jetzt dann warten, bis das Ganze dann durchgegangen ist, bis der Shop dann endgültig hier dann steht. Und es gibt aber auch eine neue Funktion, auch noch, die dementsprechend auch noch deutlich besser ist als das bisherige Shop-System. Und das kann man nutzen, wenn man auch zu einem Shop von einem anderen Spieler geht. Beim eigenen Shop kann man nicht auf dieses, ähm, System dann zugreifen. Man kann hier, ah ja, stimmt, bevor ich es noch vergesse. Hier oben links stellt man den Namen von dem Shop ein. Standardmäßig steht da immer der, ähm, Tamer-Name und, ja. Exchange dazu kann man aber dann personalisieren mit den Sachen, die man dann im Shop drin hat. Also wie es regulär der Fall ist. Und hier unten sieht man dann auch noch, wenn man diese Cache-Variante besitzen würde, dass das hier dann auch noch, ähm, applicable dann wäre. So, damit ist der Shop jetzt dann endgültig aufgestellt, kann dann von anderen Spielern dann auch besichtigt werden. Wenn man zu einem Shop von, aber ja, wie gesagt, eine der Funktionen, die hier noch fehlen, ähm, ist nur zugreifbar von Shops von anderen Spielern. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel hier zu dem, ähm, Shop von diesem anderen Spieler dann hingehen. Wird hier jetzt nämlich eine weitere Option hier oben angezeigt. Also man kann natürlich ganz regulär die Sachen, die direkt in diesem Shop sind, dann auch kaufen. Aber jetzt gibt es auch die Möglichkeit, auf All-Exchanges zu gehen. Und hier kann man dann alle Shops auf einmal durchsuchen nach einem bestimmten Item, was man haben möchte. Das funktioniert allerdings nur, wenn Sachen, äh, über dieses neue Shop-System reingestellt wurden. Also man kann nicht die Shops durchsuchen, die noch das alte System verwenden, sondern nur das neue System. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal, ähm, Yggdrasil. Hier kann man dann auswählen, wonach man dann suchen möchte. Also hier wird alles dann aufgelistet, was Yggdrasil zum Beispiel jetzt im Namen hat. Gehen wir ja auf Fruit of Yggdrasil und dann sieht man aufgelistet alle Shops, beziehungsweise nicht in dem Fall alle Shops, aber alle Yggdrasil-Fruits, die über das neue System angeboten werden. Und zwar anfangend vom niedrigsten Preis. Also das ist dann nach Preis, ähm, gelistet. Das heißt, man sieht oben immer den günstigsten Preis angezeigt und dann gehen nach unten. Und man sieht auch für, ähm, also man sieht, wie viele jeweils dann angeboten werden von dem jeweiligen Spieler dann und wie lange diese noch verfügbar sind. Dann geht man einfach, wenn man irgendwas haben möchte. Okay, das funktioniert jetzt natürlich nicht, weil ich dafür nicht genügend, ähm, M habe. Aber dann geht man einfach hier auf Purchase, wählt dann die Menge aus, die man haben möchte und bestätigt das Ganze dann und kann dadurch dann kaufen. Aber wie gesagt, dieses Suchen der Shops funktioniert nur, wenn man zu einem Shop von einem anderen Spieler hingeht und, ähm, bei Sachen, die über das neue System angeboten werden. Also das durchsucht jetzt nicht, äh, Shops, die, ja, über das alte System noch aufgestellt wurden. Also bis da, die meisten umsteigen auf das neue System, kann man nur diese Suchfunktionen nutzen für die, die das neue System verwenden. Bei den alten Shops muss man es dann ganz normal wie bisher dann einfach durchsuchen. Aber ja, so im Groben und Ganzen funktioniert das neue System. Falls noch Fragen dazu sein sollten, gerne in die Kommentare, falls da noch irgendwas unklar sein sollte. Aber so funktioniert im Groben und Ganzen das neue System dann. Die neue Lizenz, also die neue Cash-Lizenz, ist wie gesagt im Shop dann jetzt verfügbar und zwar für immer. Ähm, Masters Membership beinhaltet jetzt auch diese neue, ähm, Referential Exchange Certificate. Also nicht mehr in den, ähm, Trigimon-Shop wie bisher, sondern dieses neue. Und die Personal-Shop-Lizenzen, also die, die man bei Direktor Hashima kaufen kann und die Consignment-Shop-Lizenzen, also die, die, ähm, bisher im Cash-Shop erworben werden konnten, können nicht mehr gekauft werden aus dem Cash-Shop oder, ähm, auf andere Wege im Spiel erhalten werden. Außer wenn ein anderer Spieler diese noch, ähm, verkauft oder jemand diese noch, äh, selber hat zum Nutzen. Dann, ähm, ab dem 13.06.2023. Also bis dahin kann man sich noch, wenn man noch die alten Shops haben möchte, sich mit diesen eindecken. Aber danach, ähm, dann dementsprechend nicht mehr. Dann kann man nur noch die verwenden, die man dann selber noch hat oder die andere Spieler noch verkaufen. Aber diese, wenn man diese mal gekauft hat, wird man die, solange man die besitzt, auch nutzen können. Also das wird dementsprechend nie rausgenommen werden, wie sie sich auch selber sagen. Wenn man noch Shops haben sollte, kann man diese so lange verwenden, wie man diese hat. Oder, ähm, solange man diese rumliegen hat. Also die werden dann nicht dadurch gelöscht. Ah ja, soviel auf jeden Fall im Groben und Ganzen zu dem neuen, äh, Update, beziehungsweise zu dem neuen Shop-System. Falls da noch Fragen sein sollten, wie gesagt, in die Kommentare damit. Dann versuche ich die nach Möglichkeit zu beantworten. Und, ja. Dann haben wir natürlich noch die neuen Events, die reingekommen sind. Angefangen mit Event Nummer 1, Introducing a New Exchange. Da haben wir dann den NPC Curious About Exchange Kalomon im DRT-Center. Dieses befindet sich, wenn man im DRT-Center ist, dann oben links. Laufen wir da einmal hin, währenddessen. Und da bekommt man eine Sub-Quest, also eine Quest, die man nur einmal während dieses Events machen kann. Dann muss man, um diese Sub-Quest abzuschließen, einmal mit dem NPC-Community-Manager Hashima reden im DRT-Center. Dann bekommt man drei Jump-Booster. Also drei charaktergebundene Jump-Booster, die man, ähm, für alle Areas nutzen kann. Und, ja. Das war's dann, zumindest bis dahin. Und wenn man diese Sub-Quest aber dann erledigt hat, kommen wir zu Event Nummer 2. Und zwar bekommt man dann von NPC-Community-Manager Hashima eine weitere Sub-Quest. Und zwar heißt diese Sub-Quest Introducing Exchange. Um diese dann, also diese Quest erledigen zu können, muss man dann zum NPC D-Terminal Elikmon in Village of the Beginning gehen. NPC Western Station Manager Starmon in Western Village. Und NPC, ähm, Dispatch Agent Mickey in Snowstorm Village. Diese sind aber die, die direkt, ähm, wenn man über das D-Terminal zu den jeweiligen Maps geht, dann direkt bei den Bahnhöfen sich befinden. Das heißt, diese Quest ist super easy zu erledigen. Und damit bekommt man ein sogenanntes Preferential Certificate Piece. Und mit diesem Preferential Certificate Piece kann man sich, wenn man dann zusätzlich noch 180 EPs aus dem aktuellen EP-Event haben sollte, kann man dann bis zum 13.06. Dann, ähm, sich damit eine Exchange Preferential Certificate für 30 Tage dann beim EP-Exchange NPC Gabumon dann craften. Um das Ganze nochmal zu visualisieren, laufen wir hier mal hin. Also hier, wie man hier sehen kann, die grüne Quest bekommt man bei Kalumon. Dann geht man runter zu Direktor Hashima, der sich unten im D-Terminal Center befindet. Und von ihm aus dann zu den anderen NPCs, wo man dann noch hin muss. Und, ja, dann geht man zum Gabumon hin. Unter EP-3 kann man sich dann hier, wie gesagt, mit 180 EPs und einer, also mit diesem Preferential Certificate Piece, dann eine von diesen Exchange Preferential Certificates für 30 Tage craften. Das Ganze kann man aber nur einmal machen, weil man nur eine, ähm, Preferential Certificate Piece durch das Event bekommt. Sollte aber dementsprechend definitiv von allen dann genutzt werden. Wenn man das denn mitnehmen möchte. Also, wenn man es nicht mitnehmen möchte und sondern nur das, äh, Free-Zeug benutzen möchte, weil man die Seals primär sich jetzt dann holen möchte, die man durch das Event jetzt dann bekommt. Und bis dahin, dann muss man das, wie gesagt, nicht machen. Dann wurde auch, wie die das auf K-Demo gemacht haben, die Family Month Hot Day, ähm, Extended. Also dieses Attendance Event wurde erweitert und verlängert. Und zwar nochmal um sieben Tage, das heißt, da geht man dann wieder über den Event-Reiter dorthin. Also hier unten rechts, dann Daily Check Event, Family Month und dann wird hier einem das Ganze angezeigt. Also, das sind dann die, die hier unten noch hinzugefügt wurden. Dieses Mal ist es aber so, dass man hier die Box direkt bekommt, die man öffnen kann. Da muss man nicht jetzt noch mit Login-Zeit oder sonst irgendwas arbeiten, sondern man muss die einfach nur abholen und kann die dann öffnen. Und, ja, die sind, wie gesagt, hier dann verfügbar über Receive. Ich habe die heute schon abgeholt, deswegen kann ich die dementsprechend nicht mehr abholen. Und das Ganze beinhaltet dann nochmal fünf Family Month Boxen. Also diese, die fünf Roots of Homeostasis beinhalten, fünf Digimon Boost Packages in der New Variante und eine Reinforced Digi-Clone Setbox. Und dann auch nochmal zwei Shining Family Month Boxen. Diese beinhalten dann eine Reinforced Digi-Clone Setbox und noch eine Alpha Monoduric and Awakened Loot Box. Das heißt, da gibt es dann nochmal für die Leute, die das noch nicht gezogen haben, sollten durch das letzte Event dann nochmal zwei weitere Möglichkeiten, das dann potenziell rauszuziehen. Und, ja, die restlichen Sachen, die die Sachen dann beinhalten, sind hier dann aufgelistet. Aber, ja, das sind die, die man jetzt dann noch dadurch dann durch diese Verlängerung dann abholen kann. Dann gibt es noch Event Nummer 4, Serious Environmental Pollution. Was das erste dann ist, was zu diesem EP-Exchange-Event dann dazugehört. Und zwar haben wir dann den NPC-Investigation-Team TIE im DATS-Center. Dort bekommt man dann eine Deli-Quest-Series Environmental Pollution. Dafür muss man dann 20 Spreading Pollution Rare Mon in Lost Historic Site besiegen und 20 Spreading Pollution Vicarala Mon in Silver Lake, um das Ganze abzuschließen. Diese sind dann mehreren Spots auf der Map verfügbar. Das heißt, da muss man sich wirklich nicht unbedingt mit anderen Spielern um diese Spots dann kloppen und diese spawnen auch relativ zügig nach. Also, das ist eigentlich ganz gut machbar. Sollte nicht lange dauern. Und dann bekommt man 15 EP für das EP-Crafting-System, wenn man das Ganze dann abgeschlossen hat. Dann gibt es auch noch Events Nummer 5, Pollution Cleanup Nummer 1. Da haben wir dann den NPC-Inventor, White Bearded Guru im DATS-Center. Dort bekommt man dann eine Deli-Quest Cleanup Nummer 1. Für diese muss man dann eine Purifying Light sammeln. Diese droppt aus dem Dungeon Shadow Labyrinth. Entweder Normal Mode oder Hard Mode, das spielt in dem Fall keine Rolle. Und zwar von dem Boss im dritten Raum. Das heißt, man muss dafür dann täglich einmal Shadow Labyrinth machen und den Boss im dritten Raum besiegen. Dieser droppt dann dieses Purifying Light, was man braucht, um diese Quest abzuschließen. Dann bekommt man 15 EP und eine Energy of Purification. Beides ist in dem Fall notwendig, täglich abzuholen, wenn man täglich das Seal haben möchte, was durch das Event reingekommen ist. Denn sowohl das Energy of Purification als auch die 15 EP braucht man, um erstens auf die 60 EP zu kommen, die man täglich für das Seal benötigt. Und die Energy of Purification ist das Item, was man dafür dann auch noch benötigt. Dann haben wir noch Events Nummer 6 dabei, Pollution Cleanup Nummer 2. Das ist dann eine DeliQuest Pollution Cleanup Nummer 2, die man ebenfalls von diesem selben NPC bekommt, Inventor White Beaded Guru. Dafür muss man dann 10 Sealed Trash Can zusammensammeln, indem man Environmental Destroyer Garbage Mon besiegt. Diese befinden sich in File Island Waterfront an dem Strand, wo man das Monochromon Trio spawnen kann. Dann befinden die sich auf beiden Channeln in guter Anzahl, also das ist auf jeden Fall ganz gut machbar dann. Und man bekommt 15 EP für das EP Crafting System, wenn man dieses Event dann abschließt. Oder beziehungsweise die Event Daily dann macht. Dann haben wir Event Nummer 7, Main Culprit of Pollution. Da haben wir dann die beiden Raid Bosse, die während dieses Events dann spawnen. Da haben wir dann den NPC Investigation Team TIE im DRT Center. Dort bekommt man dann die Daily Quest Main Culprit of Pollution. Dafür muss man dann die beiden Raid Bosse besiegen. Einmal Culprit of Pollution Rare Mon. Dieser spawnt in Lost Historic Site. Genau dort, wo die normalen Rare Mon, die man auch für die andere Daily benötigt, dann spawnen. Also zumindest an einem der Punkte. Und dann noch ein Culprit of Pollution Garbage Mon, welches in File Island Waterfront spawnt. Ebenfalls dort, wo die Garbage Mon in File Island Waterfront anzufinden sind. Die beiden Raid Bosse wie immer spawnen 24 Stunden lang auf allen Channeln. Und zwar 10 Minuten, nachdem sie besiegt wurden. Also, falls das mehrere Minuten hin ist, bis der das nächste Mal auf den Channel spawnt, wo man sich gerade befindet. Schaut man dann am besten noch auf den anderen Channel, ob da vielleicht schon einer gespawnt ist. Oder ob das da dann kürzer hin ist, bis dieses dann spawnt. Und ja, wenn man das Ganze dann abgibt, bekommt man dann 15 EP und die Power of Purification. So, dann haben wir noch Event Nummer 8 mit dabei. Harmony of Ice and Water. Das ist auch das Double-Stat-Event, was aktuell auf Cardemo läuft. Das heißt, HB, Digi-Soul, Defense und AT. Und Skill-Damage von Digimon außer Rookie und Champion Level, die das Element entweder Eis oder Water haben. Sind in dem Fall dann für den Zeitraum dieses Events, also für 14 Tage, dann verdoppelt. Die, die am meisten davon profitieren, sind natürlich Digimon wie Slaidmon X oder zum Beispiel Aegis Dramon, was ja jeweils die stärksten Digimon mit dem jeweiligen Element dann aktuell sind. Und ja, dann haben wir noch das EP-Exchange-Event. Da gibt es dann dieselben Änderungen wie auch auf Cardemo. Das heißt, Number-Changetones, 5 Stück und Option-Changetones, 5 Stück gibt es jeweils für 60 EPs und 7 Power of Purification bzw. Energy of Purification, je nachdem, welches man davon dann haben möchte. Und da gibt es noch die Environmental Guardian Seals, die reingekommen sind. Das sind die neuen Event Seals und die sollten das Primäre sein, worauf man bei diesem EP-Exchange-Event natürlich wie immer geht. Für 60 EPs und eine Energy of Purification kann man sich dann hier dann diese neuen AT-Seals dann holen. Wenn man diese 3000 dann insgesamt holt und öffnet, bekommt man 150 extra AT. Lohnt sich auf jeden Fall, denn extra AT sind oder beziehungsweise ist mitunter einer der wichtigsten Stats, um stärker zu werden. Deswegen, diese Seals sollte man definitiv mitnehmen. Und ja, ansonsten gibt es auch noch das Exchange Preferential Certificate, wie gesagt, was man sich einmal aus diesem Event dann holen kann. Da ist das Crafting allerdings verfügbar bis zum 27.06. Nur diese Preferential Certificate Piece, die man benötigt, also dieses eine, was man bekommt, das bekommt man nur bis zum 13.06. Dann in dem Fall. Also muss man bis dahin abgeholt haben. Und, ähm... Dann haben wir noch das Loginside Event. Da gibt es dann für drei Stunden drei Fruit of the Goddess, zwei Random Mid-Class Data Boxen und fünf Rechargeable Energies. Und Samstag und Sonntag für vier Stunden gibt es dann drei Fruit of Ictrasil, einen Amplification Booster plus 1000%, in der charaktergebundenen Variante für 30 Minuten. Und eine Random Magnetic ID-Karte für einen Tag. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Promotions, die wir uns dann noch anschauen müssen. Da gehen wir für das Data Summon System einmal dann runter. Und nicht wundern, warum ich hier jetzt gerade so einen Charakter verwende. Den habe ich aber jetzt verwendet, um euch das Shop-System einmal präsentieren zu können. Und ja. Data Summon. Da sind jetzt aktuell dann drin Seed Millennium Mon und Susano Mon Shin bei Data Summon Ticket Legend. Jeweils für entweder Seed Millennium Mon bei der 130er Pity bei der tradebaren Variante oder 100er Pity bei der charaktergebundenen Variante. Und seine Mon Shin in der 100er Pity für die tradebare Variante oder 70er Pity bei der charaktergebundenen Variante. Wie immer braucht man dann zwei Data Summon Ticket Legend, um einmal daran zu pullen. Und dann gibt es auch noch das Data Summon Rebirth of Crimson Knight. Das ist dann wieder das, wo Ganat Mon Shin jetzt für die nächsten 28 Tage dann wiedergekehrt ist. Hier ist es dann so, da gibt es nur eine Variante, auf die man gehen kann. Eine charaktergebundene Pity dann in dem Fall. 100 Data Summon Ticket Epic muss man im schlimmsten Fall reinstecken, um das dann garantiert zu bekommen. Mit einer 1% Chance kann man das dann auch vorher schon rausziehen. Und da gibt es auch weiterhin immer noch den Data Summon Omega Mon Alpha ansonsten. Und das waren die, die jetzt dann in dem Fall reingekommen sind. Also gibt es wieder die Möglichkeit, da dann ranzukommen. Und bei Sieg Millennium und Sanat Mon Shin ist es in dem Fall auch noch so, dass da das Sealed Zero Unit Necklace als drittes 0,5% Item dann enthalten ist. Was man natürlich auch erstmal dann wie immer bei diesem Summon System mit Glück dann überhaupt rausziehen müsste, um das dann zu bekommen. So, Ganat Mon Shin sind wir durchgegangen und dann haben wir jetzt noch die Sachen, die im Cash Shop sind. Angefangen wie immer mit den Packages. Da sind jetzt dann vier Tame Exchange Packages reingekommen. Also dieselben wie auch auf Kadimu. Das heißt, hier haben wir einmal Jen, Rika, Takato und Kari. Jeweils dann auch mit ihren Partner-Digi-Eiern in Level 4 bis 5 für 149 Crown bzw. 11,90$. Plus natürlich den ganzen anderen restlichen Items, die da auch wie immer enthalten sind. Und da gibt es auch noch das Single Forever I Hate Couples Equipment Set für 99 Crown bzw. 7,90$ dann auf Steam. Das ist dann wieder das Klamotten Set. Wieder mal unter einem anderen Namen, aber mit denselben Stats, die die Cash Shop Klamotten immer haben in diesem Klamotten Set. Das heißt, da haben wir wie immer die besten Hosen, die besten Schuhe und für Damage auf jeden Fall das beste Shirt dann mit dabei. Und die restlichen Sachen sind auch sehr, sehr gute Sachen und können natürlich dann auch aufgeladen werden, wenn man das dann, also wenn das Ganze dann ablaufen sollte. Dann gibt es auch noch das Reinforced Digi-Klon Package für 189 Crown bzw. 15,10$. Dieses beinhaltet dann dreimal Reinforced Digi-Klon S, A, B, C und D plus 20 Backup Discs, wenn man sich das Ganze dann holt. Dann gibt es auch die ganzen Socker-Uniformen, die auch auf Cardimo reingekommen waren jetzt im aktuellen Event. Also die Novices Yellow Socker-Uniform für 30 Tage für 99 Crown bzw. 7,90$ dann. Und dann noch die anderen, die hier aufgelistet sind, also die Expert Blue Socker-Uniform, Black Socker-Uniform, Orange Uniform, Red Socker-Uniform und die Green Socker-Uniform. Falls man da auf irgendeine gehen möchte, empfehle ich da auf jeden Fall vorher zu schauen, was sie dann geben. Zum Beispiel die Green Socker-Uniform gibt einem Defense plus 300, Speed plus 77% und AT plus 600 zum Beispiel. Während die Blue Socker-Uniform einem HP plus 1000, Skill Damage plus 7% und CT plus 10% dann zum Beispiel gibt. Also da, wenn man auf eine gehen möchte, am besten die raussuchen, die man dann haben möchte, also die einem am meisten zusagt. Und dann gibt es auch noch die Limited Tamer Skills, also die Ultimate Skills von den regulären verstärkten Tamer Skills, die hier im Shop verfügbar sind. Diese geben aber nicht nochmal extra stärkere Boni nochmal, sondern haben einfach nur im Gegensatz zu den normalen Varianten reduzierte Cooldowns. Das sind aber dann in dem Fall dann Stonder-Varianten, die normalerweise nicht verfügbar sind. In der Steam-Variante kosten die für einen Tag 90 Cent, für sieben Tage 2,80 Dollar und für 30 Tage 5,50 Dollar. Ich glaube, das müssten ja 69 Crown dann sein für 30 Tage in der Ganking-Variante. Und ich glaube, das war es dann ansonsten. Gut, natürlich die neue Shop-Lizenz ist auch mit dabei für 35 Crown beziehungsweise 2,80 Dollar, aber die sind wir ja schon durchgegangen. Und dann schauen wir uns natürlich noch die Sachen an, ob irgendwas übersehen wurde hier in der Notize selber. Genau, die Tama-Exchange-Package sind wir durchgegangen, Reinforce-D-Clone-Package, Tama-Skills-Ultimate, das Klamotten-Set sind wir durchgegangen, die Socker-Uniformen sind wir durchgegangen. Ah ja, bei GameKing gibt es auch noch jetzt diesen speziellen Sale, wo man zweimal pro Account und dann aber als Charakter gebunden, also nicht tradepar, dann Data Summon Ticket Legend zu dem reduzierten Preis von pro Stück 79 Crown statt 99 Crown dann kaufen kann. Aber wie gesagt, nur zweimal pro Account und die sind charaktergebunden. Und die neue Certificates sind wir durchgegangen. Dann wurde auch noch dann das bei uns reingebracht, was auch letzte Woche auf Kadimo reingekommen ist und das ist ein echt guter Fix. Also wirklich, wirklich guter. Und zwar, dass wenn man in dem Dungeon Road oder Stadium, also aka die Karalamondungeon oder Vajiramondungeon in den Shinjuku-Area-Maps K.O. gehen sollte, also draufgehen sollte, landet man nicht mehr, wie es bisher der Fall war, außerhalb des Dungeons. Sondern innerhalb des Dungeons, was wirklich, wirklich gerade für Vakaralamond auch eine super, super wichtige Änderung ist. Und dann wurde auch noch von Peak of Evolution der Name geändert. Also Peak of X Evolution wurde jetzt dann anscheinend umbenannt in Peak of Evolution einfach nur. Oh ja, das auf jeden Fall zu dem neuen Event, was reingekommen ist. Also ich finde es auf jeden Fall echt eine super Sache, dass das neue Shop-System jetzt dann endlich bei uns reingekommen ist. AT-Seals bei dem Event sind auch eine tolle Sache. Und natürlich die Erweiterung vom Family Month Attendance Event ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Sache. Also rundum, sehr solides Event auf jeden Fall meiner Meinung nach. Aber wie immer, schreiben wir gerne eure Meinung zu den neuen Sachen gerne in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen haben sollte. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.